Bei uns vom Haus, da gibt es eine Straßenkreuzung. Da fahren sie hin und her oder biegen rechts und links rum. Doch vor 14 Tagen hat man Ampeln aufgestellt. Seitdem ist das für mich der schönste Platz auf dieser Welt. Mein Papa hat sich aufgeregt, die Ampel hat keinen Zweck. Warum mir so eine Ampel ist, hab ich jetzt entdeckt. Denn bei Rot tun alle Männer Puppe, denn bei Rot ist endlich einmal Zeit. Der Verkehr kann noch so dolle prudeln, so ein Rot bringt Gemütlichkeit. Und ich steh dann immer an der Straße und tue von Auto zu Auto zieh. Alle haben den Finger in der Nase, doch dann wird wieder grün. Ja, alle haben den Finger in der Nase, doch dann wird wieder grün.